Das ist erstmal hier wieder Qualifikationsprüfung für das DKB-Württemberg-Championat, IFIO. Dann Thiago Bravo, Kanotasch gebrannt, ein Hengst, Sohn der Staccato und Kalosso 2. Insel Heizmann ist die Züchterin, das fährt im Besitz von Michael Zarkowski und Hauptzuchtrein von Pfarrmann Borgenweils, Johannes Ewing. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Der Blick zur Tafel, 8,8, San Thiago Bravo und Johannes Ewing und jetzt geht dieses Plan in Führung.